Die Babyboomer-Welle rollt in Deutschland auf uns zu. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es hinter mir. Ein schöner blauer Anblick. Der Himmel ist blau, das Meer ist glitzert, funkelnd auch blau. Es ist eine ruhige See am Mittelmeer. Und was lese ich da heute am 24. Mai 2024? Die Deutsche Rentenversicherung hat bekannt gegeben, dass die Babyboomer-Welle nunmehr richtig Fahrt aufgenommen hat. Sie türmt sich sozusagen ganz langsam auf uns auf. Sie wird über uns hineinbrechen. 952.000 Menschen haben im Jahr 2023 eine Altersrente in Anspruch genommen. So sind die nackigen Zahlen. Das sind knapp 77.000 mehr als im Jahr 2022. Was bedeutet das? Natürlich mehr Ausgaben im Milliardenbereich, das ist klar. Aber das wird natürlich wieder Wasser auf die Mühlen derer geben, die sagen, ja, wir müssen die Rente mit 63 abschaffen. Wir müssen, die Leute sollen bis 95 arbeiten gehen und so weiter. Aber, meine Damen und Herren, keine Sorge. Alle diejenigen von Ihnen, die im Jahr 2024 die Anspruchsvoraussetzungen für eine Altersrente erfüllen, die sollen bitte diesen Rentenantrag stellen, wenn sie das möchten. Denn Ihnen steht die Rente zu. Vor allen Dingen den Leuten, die jahrzehntelang hart und schwer gearbeitet haben, 35 Jahre, 45 Jahre, 50 Jahre, rein in die Rente und Ruhestand genießen. Meine Damen und Herren, last but not least, nutzen Sie bitte noch bis zum 31. Mai 2024 unser Aktionsangebot Altersrente buchen für 249 Euro statt 399 Euro. Noch so ein kleiner Hinweis. Ciao, ich wünsche noch eine rentenstarke Woche. Tschüss.